Yo, moin, Tag auch und ja, herzlich willkommen nochmal zu The Witcher. Ich dachte mir, ich nehme nochmal ein bisschen was auf, weil es ist ein bisschen was her, dass ich das das letzte Mal gespielt habe und ihr auch was zu Gesicht bekommen habt eigentlich. Ich habe das Ganze mal ein bisschen recherchiert. Ich habe am, Moment, 23. Oktober 2011 das letzte Video produziert und auch das letzte Mal gespielt und heute haben wir den 11. Juni 2012. Also, ihr könnt euch vorstellen, ich habe gerade das Spiel angemacht und ich konnte nichts mehr. Also, ich habe versucht mit Mausklicks meinen Charakter zu steuern. Ich habe mit Uppala, Q, W, E und R versucht, hier irgendwas zu reißen. Es hat was gedauert, um wieder reinzukommen. Ja, aber wir sind noch mitten im Geschehen, beziehungsweise wieder. Das letzte Mal hatte ich ja meinen richtig schönen Rage-Quit, weil Vasca mir da erzählt hätte, dass ich das Lamm doch nicht gefunden hätte. Also, ich habe mal ein bisschen nachgeguckt, es ist ein Bug. Man darf die Quest Erntezeit nicht abschließen, bevor man nicht diesen Quest hier abgibt, weil ansonsten wird der als fehlgeschlagen verbucht. Das wollen wir ja nicht. Deswegen, altes Game geladen und jetzt machen wir das mal. Richtig. Ich habe nochmal ein bisschen gespielt, um einfach reinzukommen. Musste aufgrund des Laden von einem anderen Save Games das Lager von den... Hier, dem Fritz nach oben im Sumpf, die haufenweise da rumhängen. Hier, wie heißen sie? Die Eichhörnchen. Scoia'tael. Genau. Oder? Nee, die Salamandra, genau. Ja. Ähm, das Lager muss ich auch nochmal ausnehmen, also... Ich bin wieder ein bisschen drin. So, gute Frau. Ich fand euer vermisstes Kind. Jetzt aber... Ich danke euch, weißer Wolf. Er ist schwer zu verstehen. Es wurde gesagt, wer da die Götter versteht, der sei einmalig in der Menge. Denn ihre Gedanken fließen dahin wie die tiefen Wasser. Also soll er so sein. Er, von einer ertrunkenen Frau geboren, soll jene führen, die den Weg der Götter ins Königreich unter dem Wasser einschlagen. Man hilft doch gern. Was? Na ja. Gut. Ah, nee. Nein, auch nicht. Lebt wohl. Jetzt versuche ich wie in Skyrim, Metabolator oder Escape da rauszukommen. Bidi, bidi. So, das wollen wir doch sehen. Grüne Einträge und keine roten. Gut. Wie ich eben erwähnte, habe ich die Erntezeit-Quest also noch nicht abgeschlossen. Das wird nun zu unserer Aufgabe. Da muss ich dahin rennen. Gut. Wir tun dies des Nächten, weil ich habe noch ein paar diese Verträge, dass ich Kikimoren-Arbeiter schlachten muss. Und ich muss deren Fangzähne mitnehmen und war noch irgendwas. Ach ja, Gorgos. Ertrunkene, auf die Scheiße ich gepflegt. Ich brettere einfach wie ein Blöder durchs Unterholz. Leichnam. Den habe ich zwar bestimmt schon ausgenommen, aber... Ja. Edesea! Falls ich manchmal einfach nichts sage, liegt das daran, dass ich mehrere Monate nichts irgendwie was an Let's Plays herankommt, betrieben habe. Deswegen verzeiht. Etwaige Stille. So, wo bin ich denn hier? Ah, das sieht doch gut aus. Ich muss einfach wieder reinkommen. So, Gruppen-Kampf-Stil. Jetzt rein. Huck! Hatte auch enorme Probleme mit dem Kampfsystem, weil ich einfach... Diablo-Ach, fuck! Diablo-mäßig einfach... ...klicke wie ein Behindeter. Beziehungsweise einfach Shift halt und... Ja. Ihr wisst, was ich meine. Genau. Und Tabulator als Waffe wegstecken und nicht er. Den Göttern seid Dank. Ihr seid frei. Wir möchten euch gern belohnen. Was treiben? Ihr stützt Dank. Bla, bla, bla. Hatten wir eigentlich alles schon mal. Aber gut. So, ab zum nächsten. Würdest du bitte das Schwert draußen lassen? Danke. Einfach nur für den Movement-Speed-Buff, den ich dadurch bekomme. Ja. Ich glaube... Ja, genau. Das habe ich ja in den anderen Folgen alles schon gezeigt. Ja, tut mir leid, dass ich... Ach, du Kacke. Hallo. Was hast du denn für ein Klops? Komm ran. Wurzt du rein? Machst du Schaden? Darf ich mich mal an. Hang! Oh, nicht wirklich. Haben die denn? Haben die denn? Boah, dazu kann ich den nicht looten, weil ich hier Agro von diesen Viechern habe. Ich hasse es. Aha. Gerold! Nein! Reset! Zip! So, jetzt muss ich ihn hier... Wo ist er denn? Ist er das da hinten? Nein. Really? Wo ist denn jetzt diese Riesen-Kikimora, die ich abgemorxt habe? Da hinten ist was. Aber das sind die beiden Toten. Da! Bist du it? Jo. Ach, ihr habt gar keine... Gar keine, gar keine... Hier, Clown. Das ist natürlich schlecht. Schlecht. So. Wieder so ein Klops. Habe ich... Ich habe ihn gepullt. So. Komm, mein Papi. Ach, Gott. Ja, könnte ich jetzt mal. Danke. Ich habe so einen Echenops hinter mir. Die sind ziemlich nervig. Oh Gott, ich bin schon auf halber P runter. Pflanzen haben wir es gegen Feuer. Deswegen nutzen wir es. Fang! Aber ich weiß jetzt gar nicht... Nee, E ist... Oh Mann, oh Mann. Man sollte echt nicht zu viele Spiele auf einmal spielen. Ansonsten kommst du mit den... Tastenbelegungen nur durcheinander. So. Mache ich mal hier so. Trink mir so einen Prank. Nein, lass mich in Ruhe. Wo muss ich denn überhaupt hin? Das ist doch nicht klüger. Oh. Ich kann mich halt noch daran erinnern, dass... Nicht noch Nächtenops. Alter! Was ist denn los? Ähm, daran erinnern, dass das hier im Sumpf ziemlich doof ist, weil... Man hier oben... Man hier oben... ... sieht man... Das ist alles ein bisschen doof abgegrenzt hier, das Gebiet. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier so dahin komme, wo ich hin will. Ja, das ist doch... Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Pienne Wett. Ich erinnere mich, das war irgendwie wertvoll. Gut, sonst irgendwas. Nehmen wir mit. Ah. Siehste? Seht ihr? Das meine ich. Ich würde jetzt gerne hier einfach so... Aber nein. Oder vielleicht doch. Doch, das könnte zu was führen hier. Oh ja, die Brücke. Da hinten sind sie doch. Liebe Freunde. Kommt ran! Ihr werdet den Tag verfluchen. Fuck! Ach scheiße, ich hab sie resetet. Nein! Ich lass euch kriegen, nichts zu tun. Rumpf! So. Alles von. Danksagung. Genau zur rechten Zeit. Geht nach Hause. Möget ihr nie von einer Dürre geplagt werden. Was wisst ihr über die Salamandra? Sie haben uns gezwungen, Kräuter zu sammeln, um Fester herzustellen. Eine Gruppe versteckt sich in der Höhle beim alten Holzschlaggebiet. Die Salamandra haben ihre Finger im Drogenhandel? Ja, ganz was Neues. Danke. Geht jetzt nach Hause. Ah, Geralt. Geralt, Geralt, was ist das? Hab ich sowas schon gelesen? Hab dieses Buch bereits gelesen. Doll. Na, ist sonst nix drin. Doll. Dann wollen wir uns mal gucken. Und wenn wir hier so mitnehmen können. Ist auch noch mehr als das. Da hinten liegt der andere. Oh. Er hat einen Ring. Gut. Jetzt muss ich... Waskas Hütte. Warum sollte ich zu Waskas Hütte? Da fehlt doch noch was in der Höhle, oder? Oder hab ich das doch schon gemacht? Warte mal, war die Höhle nicht nur... Aber ich mach einfach, was das Questlog mir sagt. Das Denken werde ich hier nicht bezahlt. Aber natürlich kann ich hier wieder nicht direkt darüber... Wie muss ich denn jetzt... Oh Gott. Warum muss es diese Begrenzung hier geben? Vollkommen unnötig. Warum werden die dann hier nicht angezeigt? Mann, Mann, Mann. Joa. Dann rennen wir mal wieder. Überlege gerade, ob ich... Oh, hallo, Kikimorenarbeiter. Nein, kann ja nicht hinab's. Hey, suck. So, wollen wir es doch haben. Alter. Nein, um Gottes Willen, was hab ich dir denn jetzt alles gepullt? Wir haben aber auch eine Range, du. Mein lieber Mann, du. Uuuh. Aber um da zu looten, muss ich sie killen. Also... Wann an den Speck? Du... Machst du jetzt auch noch einen Abgang? Komm her. Komm her. Really? Alter. Das ist einfach das... Allernervigste hier. So. Du warst... Irgendwas. Das will ich auch nicht haben. Ich will die... Hier. Sondern... Kann ich noch? Kann ich noch? Nein! Pretty annoying. Pretty, pretty annoying. So. Nice. Wie viel habe ich zusammen? Acht. Da ist noch einer. Hoffentlich... Ohne... Echen, ob es dann alles ist. Aber die... Setzt irgendwie eine Vergiftung ein. Auf einen draufstehe ich gerade. Bitte. Danke. Da ist nämlich gerade so ein Toter gespawnt. Gigimorenkrieger. Ja, das sind die Dicken. Die droppen keine. Die droppen auch nicht. Die haben keine. Hier. Dingens. Ne? Rennen wir mal zurück zur Vasca. Ignorieren hier mal die ganzen... Mopf. Creeps. Gegner. Gigimorenarbeiter. Fuck. Den muss ich jetzt natürlich noch haben. Komm ran. Warum spawnen denn jetzt drei verdammte Boote hier? Jetzt verpissen sie sich natürlich wieder. Bitte. Danke. So, mehr davon. Du. Du. Zehn Stück. Quest. Abgeschlossen. Mehr oder weniger. Ich muss sie nur noch abgeben. Gut. Noch knapp vier, fünf Minuten Zeit. Das reicht zum Abgeben und Planen. Vasca. Komm ran. Was? Was? Really? Ja. Nice. Stimmt mir das Spiel. Super. Was? Was? Aber ich hab noch meine Saves. Also, er hat gerade gespeichert, als ich durch die Tür durch bin und... Ich habe alle Zuhrebrenner befreit. Sie haben die bösen Taten der Salamandra bestätigt. Ich danke euch für eure Tapferkeit. Wenn ihr die Banditen vernichten wollt, sucht den Hierophanten im Hain auf. Die Droiden beobachten die Salamander. Das werde ich tun. Ich weiß, wie man euch am besten entlohnen kann. Jetzt können... Ich gebe euch den Segen der Wassergötter. Yes! Ihr dürft in den heiligen Wassern des Sumpfes baden und frohlocken. Geil! Ich fühle mich wahrlich geehrt, denn... Denn wer ist größer... Fuck this shit. Badabadab. Gut. Speichern tut er auch noch. Wo ist meine Musik hin? Musik ist weg. Macht ja nichts. Die kommt, glaube ich, wieder. Ehm... Ja... Gut. Genau. Gorgovertrag. Gorgonfedern. Dass ich die... Naja, egal. Ähm... 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 Wonach habe ich denn nochmal gesucht? Ah ja, Neuwahn. Also sieht so aus, als wenn ich jetzt nochmal... Visieman, genau. Visieman ist die Stadt. Na, Visieman zurückkehren muss. Allerdings... Würde ich vorher gerne nochmal... Ah ne, ich muss ja noch zu den Hierophanten. Wo ist denn die Quest dafür? Äh... Da... Da... Alter. Weiß nicht, was hier los ist. Aber ich renne zuerst nochmal zu der Höhle hier. Und da sehen wir uns. Obwohl... Wie viel Zeit habe ich noch? Mh... 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 Das bringt eigentlich nicht viel. Ich mache jetzt einfach mal einen Schnitt. Und wir sehen uns dann das nächste Mal vor dieser Höhle. Beziehungsweise in der Höhle. Weil ich möchte gerne die Kikimoren. Ich erinnere mich daran, dass dort Kikimoren drin hausen. Und ich weiß gar nicht, ob ich die schon gecleared habe oder nicht. Also... Wir sehen uns denn dann. Bis denne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.